Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt und wir spielen The Magic Circle. Das Spiel ist von dem Studio Question, einem sehr kleinen Team von, ich glaube, zwei Mann. Die hatten Hilfe beim Sounddesign und bei der Musik und ich würde sagen, ohne Umschweife. Ich hoffe, dass das alles jetzt im Fenstermodus läuft. Eingestellt habe ich alles hier soweit. Die Auflösung ist ein bisschen komisch, aber das ging nicht anders. Sichtfeld lasse ich auf 60. Hier ist alles soweit hoch eingestellt und ich denke, das sollte so funktionieren. Und ich klicke mal auf neues Spiel und ich glaube, dann kommt ein Intro. My old man used to take off his wedding ring and sort of flick it into a spin. I remember being scared to blink, like, what if he loses it? Would he lose mom? Would he lose me? So, that's our cold open Just a ring, twirling over black Will it stand, or fall? And then, as Starfather, I speak Once, Starfather stood alone before the circle Within it, he placed everything First breath, final gasp, love Loathing you By his will, circle became ring By his hand, earth parted from sky But even he could not foresee the coming of Ava Nadir Okay, I'm trying to record here, and you're making that face again The player can skip this, right? Oh, yes This story is only my life's work, but by all means, skip to the last page Shall I leave it blank, so you have somewhere to doodle? Ish, you were married, right? You and your wife ever dress up? You know, role play? Maze Thought so, and in that little scene, did you all find yourselves in burning need of a narrator? No, the meaning lives and dies in the act Someone's never been in love It's just a game Shut up and let them play Ah, people, just use this take for now I'll redo it tomorrow And we end on through the ring And fade up as the hero awakens So, ich hoffe, man hört mich vernünftig Und damit nochmal herzlich willkommen bei The Magic Circle Das Spiel ist von einem kleinen Indie-Team immer noch, wie auch eben schon gesagt Und soll so ein bisschen zeigen, die Höllen oder wie manch ein Spiel in die Entwicklungshölle gerät Und was da so passiert und ausschlaggebend ist Ich hab das Ganze schon mal beim Funk-Royal ein bisschen gesehen im Stream Und mich dazu entschieden, da mein Bruder mir das geschenkt hat Aus dem Humble-Wandel Dass ich mir das jetzt mal angucke als Let's Play So, ja, wir bewegen uns ganz normal wie bei einem Ego-Shooter Spielt sich auch ansonsten eigentlich wie ein Ego-Shooter Aber ist so ein bisschen Fantasy-mäßig Wir können zoomen, springen und haben auf Escape das Menü Und mit F benutzen wir das hier und kommen hier raus Okay Temp, Jungs, ich kann hier keine Beute oder optionalen Story-Elemente unterbringen, ehe ihr das genehmigt Okay Ist so ein bisschen kommentarmäßig von den Entwicklern Die dieses Spiel hier quasi in der virtuellen Zone gebaut haben Da scheint also kein Geld für gewesen zu sein Um da noch Sachen einzubauen Dann schauen wir uns mal hier weiter um Was haben wir hier? Können wir da was machen? Okay, hier, das sind wohl Da fehlen noch so die Texturen Insgesamt ja auch noch alles nur Grau Nix irgendwie in Farbe Da scheinen die Leute wohl noch nicht fertig zu sein Hier auch alles aufgespießte Personen, die dramatische Musik, die ist schon fertig immerhin Und, äh, ja, wir schauen mal Hier ist noch eine Tür Nebenmissionen sind raus, oder? Und was kommt hier jetzt hin? Na Und wie sieht es hier aus? Dorfbewohner Hier könnten wir jetzt einen Dialog haben Wenn nur irgendjemand das Skript fertig stelle Also auch noch nicht fertig Na gut Ja, dann gehen wir mal hier Wer bist du denn? Oh, cool Kommt noch Mutter Vaters Schwert Hält Mein Vater Nein Irgendjemandes Vater, glaube ich Da war ich nicht schnell genug Mann Hold, bitte So Who are you? A new Playtester? Well, let me save you some time Today I push the buttons Ish We are not changing this part again 20 years, Maze 20 years I've wasted Writing about the almighty Player But who is the Player anyway? They're like Dr. Jekyll and Mr. Genocide They demand a world full of deep, compelling characters Yet at any time They reserve the right to turn said people Into piles of gently glowing ash What possible story could survive these conditions? It's a murder mystery now? Hmm Everyone's dead Who could do such a thing? Oh yeah, me Look Look at our hero A lonely mute who can't even lower their killing hand Matricide is just how they say hi Your story needs Mom to live So I have to cut all weapons out of the game? Negative Fire me Never Sorry Bro Long story No choice Okay Ja Damit hatten wir mal ein Schwert Und unsere Mutter liegt jetzt auch hier verwundet Na ja Aber wir können noch zoomen und springen Alright, was war nächstes? No, no No No, ah May, shall we continue? Okay, das scheint der Entwickler oder der Lead Designer des Spiels zu sein oder irgendwas Weil der ist wohl nicht so erfreut darüber, dass manche Sachen nicht so umgesetzt werden, wie er das eigentlich gerne hätte Da können wir schon nicht mehr anklopfen Now we don't have any animations yet, but I can make do Hero The demoness, Ava Nadir, has stolen my ring She alone now commands life and death Ah, something, something Ish The company is broke The last kickbacker campaign raised less money than that joke fund demanding to have you caned by the state That was you trying to get fired Even now I struggle to hold the sky aloft Never proven Point is we can't raise a penny more without a live gameplay demo Yes, I'm writing the demo script as we speak This must be your sword And virtue your shield Now go, hero Take back the circle Okay Das scheint auf jeden Fall irgendwie Animator, Entwickler und, äh, ja, wohl vermutlich, wie gesagt, der Lead Designer oder irgendwas des Spiels zu sein Und das Spiel scheint wirklich in der Entwicklungshölle zu stecken, denn Kickstarter konnte nicht genug Geld zusammensammeln, um das Projekt weiterzuführen Der Publisher ist Halt doch mal die Klappe Ähm, und es scheint kein Geld mehr zu sein, der Publisher oder auch selbst der Entwickler scheint pleite zu sein Changelog Eric Lust Mysterious But this is the ending Sadder, maybe Eric Lust Chef Loll Designer Escape, ich habe keine Ahnung, welche eurer großen Künstler auf die glorreiche Idee kamen Aber das Schloss der Elemente meilenweit über der Tür zu platzieren, führt garantiert dazu No, still not quite right Dass sich 110% aller Tester nur wie wild mit dem Schlüssel unter dem Arm auf der Stelle drehen Nach dem passenden Loch suchen Und die Spiel-Designer bis in die Standzeit verfluchen Ich verrate dir mal was All die prächtigen Details, die ihr in Baumkronen oder Gewölbedecken eingebaut habt Keine Menschenseele hat die je gesehen Sprich's mir nach, der Spieler schaut nie, aber auch wirklich nie nach oben Bring das in Ordnung Zum Inventar hinzugefügt Keiner schaut nach oben Also ich habe nach oben geschaut Aber gut So, äh Sind das jetzt hier irgendwelche Portale? Müssen wir hier jetzt hier das Ding öffnen? Können wir nicht Was ist das hier? Temp Vulkan-Mission-Status nicht abgeschlossen vorläufig Einfach cheaten und Feuerschild spawnen Okay Getragene Objekte lassen sich werfen Mit F zum Zielen deines Wurfes halten Also F Zum Werfen loslassen Okay Was gibt es hier? Dschungel-Dschungel-Leben-Mission Status nicht abgeschlossen Wie gehabt Da können wir auch werfen Alles klar Was jetzt auch wie immer besser sein soll Aber gut Wolken-Bereichs-Mission Status nicht abgeschlossen Wie gehabt Luftschlüssel spawnen Achso Die müssen wir da oben reinwerfen Das ist der Aha Jetzt verstehe ich das auch Das ist der Das ist der Luftschlüssel Komisches Ding Aber gut Und Eisgipfel-Mission Status nicht abgeschlossen Wie gehabt Eisschlüssel spawnen Das stand dann wahrscheinlich bei dem anderen jeweils auch So Und damit öffnet sich das Tor Und wir können hindurch Mann was ein tolles Spiel Und immer noch diese schönen grauen Farben Und dann 8-12 Stunden später Rrrrrrraa Ich bin Ava Nadir Dann werden wir die Hellhounds Oh, warte Aber wir haben nur den Kampf Also ähm Wir? Oh nein Ich verletze die Endgame-Bridge So die Team weiß Wir sind durch deine Entscheidung Ich will dieses Ding Das ist das Kontrakt Ich habe Du hast noch 10 Jahre von meiner Leben Wir haben nicht Wir haben dich Wir haben nur die Die Recht zu deinem Celebrity Name und Face Und wenn du Quittest Ich benutze so wie so Mein Name ist Maze Evelyn Ich war einmal ein Hotshot Pro-Gamer Aber jetzt Ich teach Yoga Ich bin auch Legally Married zu einer Crystal-Formation Du hältst meine brand Hostage? Okay 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 Ich bleibe bis zur Demo Aber warte bis ich dir meine neue Idee für die Endgame Threats sind nicht mehr Maze Töne Töne meine Fan-Mail Jetzt muss ich die finale Cinematic allein Danke Okay Das Wir befinden uns also scheinbar als Spieltester in der Demo die die für Kickstarter machen Und da ist jetzt wieder der Designer Aber Nadir Held Du bist gefangen Meine Lakaien werden dich vernichten Aber wir haben noch keine Waffen Vtf Ok Ja Ja, ich habe diesen Kampf gemacht, um hart zu sein. Nicht ungewinnbar zu sein. Aber mit keinem Waffen, könnte es wohl eine... ...euch... ...Cutscene sein. Danke, Ish. Aber es ist ein Wachstum, den ich nicht fixiert habe. Dein Körper wurde eröffnet, aber es hängt rund um. Ich nehme die Erinnerung. Du kannst trotzdem gehen, wenn du die Testung enden möchtest. Weil wir nicht richtig implementiert haben, dass wir sterben können. Also können wir jetzt weiterlaufen. Und ich würde sagen, du wurdest gelöscht, also vergeistert. Wenn du vergeistert bist, kannst du mit anderen Geisterobjekten interagieren. Insofern benutzen wir mal diese Geisterbrücke hier. Und gehen mal da rüber. Gucken wir uns mal an, was das da ist. Ich habe mir ein bisschen Angst, aber okay. Wir versuchen es mal. Oh ja, es ist eine weitere Brücke. Eine Lichtbrücke scheinbar. Das ist ein Puzzleteil, oder was? Mal schauen, auf was wir uns da eingelassen haben. Hier als Spieltester. Von diesem Spielchen. In dem es um einen Ring geht. Okay, Spiel gespeichert. Ich habe das auch gesagt, etwas wie, sogar die Weaponlessen, die Champion der Verkaufel verletzten, Maidia. Für sie haben selbstlos geöffnet ihren ersten Vater geöffnet, für Star-Fahrer. Für eine neue Gott. Ich mag es. Ah, hallo. Uh, Koda, right? Mesa's Community Intern. Warum bist du hier? Liebe, Sir. Ihr werk ist die große Liebe der mein Leben. Ah, Koda. Ja. Ich bin nicht aufgerufen. Ich werde nicht die Körper schieben. Aber ich habe, wirklich, gewohnt, das Spiel zu warten. Und ich werde es helfen. Hast du das gemacht? Viele Male. Aber hör mir aus. Es würde dich interessieren, dass du Video-Games machen für eine Leben. Das sollte ein Akt der Liebe. Aber nach 20 Jahren... Liebe ist kein mystisch, inzahustierter Kraft. Es ist ein Führer. Projects like this run on it. And, Sir, with respect, your tank is dry. You think I sound young, but purpose trumps experience and you know it. This upcoming demo, I won't sleep until it's perfect. The Magic Circle has come too far to run empty now. It will reach everyone. And if necessary, Sir, I'll burn for it. Kota, ignore whatever Maze told you. Now you're hired. Ah, a new programmer, seems to me. Let me guess. You're thinking, that's it? Did I miss the punchline? Allerdings. And you're right, boss. This world is a joke. I need you to finish it. Okay, oh, jetzt gibt's den Pro-Modus. Okay, wir haben gerade das Achievement gekriegt, dass wir, äh, also finish the game. Das heißt, theoretisch ist das Spiel gerade beendet worden von uns. Die Demo. Aber wir gehen jetzt mal in den Pro-Modus. Oh. Ah, wir sind jetzt wieder drin. Ähm. Vielleicht gehen wir dann jetzt mal in den magischen Circle. Das hier ist der alte Pro, der gerade eben zu uns gesprochen hat. Und? Oh, es ist lit. The gods of this world don't know you, boss. But they're scared of what you might do. They have to treat you like some reptile with a credit card who can't stay awake without watching something die. But we both know, you can quit this world at any time. Na klar, wir werden ihr helfen. Oh, cool. Ist sogar das aktuelle Datum genommen. Wir haben heute den 28.05. gehabt. Und jetzt wird vorgespult. Ich glaub nicht, dass das ein Zufall war. Okay. Jetzt haben wir eine Hand. Die hatten wir vorher noch nicht. Und hier können wir jetzt weitergehen. Okay. Okay, die Steuerung an für sich ist immer noch dieselbe. Wir haben nicht irgendwie Waffen, aber wir haben jetzt eine Hand. Was auch immer das für uns dann letztlich heißen mag. Okay, Musik gibt es auch wieder. Ah, und auf M haben wir eine Karte. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und dann gucken wir mal, was wir denn da finden können. F, stecke deine Hand rein. Tu es nicht. Oh, Farbe. Rechte Maustaste Leben nehmen. Linke Maustaste platziere eine Falle auf dem Boden. Okay. Cool gemacht, auf jeden Fall. Und... Ah, da wo wir jetzt langlaufen wird, ist Farbe. Du musst eine Falle setzen und hineinspringen, Chef. Wir sind nicht. Vor allem die Geunci verschaffen wurden, bis die Gevs gemacht hatten, alles war so. Ein großartiges Wettbewerb, nicht alles. Ihr興," ist es, zu sehen und sehen... irgendwas anderes. Jetzt, wenn du dir selbst fangenst, ist es so, etwas innen, Okay, der Held, Sperre, wartet auf Genehmigung, Bewegung, Boden, Aktion, nix, Spezialität, nix, Kontoreinstellung, Gelöchterinhalte zeigen, wir machen mal ein. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Es gibt also jetzt Geisterobjekte, die wir wieder zum Leben erwecken können hier drin. Und damit haben wir zum Beispiel diese Geisterbrücke hier wieder zurückgeholt. Aber ich weiß gar nicht, wie sieht das mit Speichern hier aus. Kann man also jederzeit. Dann würde ich sagen, ich beende an der Stelle hier den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch gefällt dieses neue Projekt. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann beim zweiten Part wiedersehen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.